Du hast ja gar keine Ahnung. Ach ja. Boah, du Scheiße, da hab ich noch ein paar vergessen. Schocken. Das kennt hier keiner im Raum. Das kennt hier jeder im Raum. Das kennst nur du nicht. Kühler Kopf und heißes Herz. Wenn die FC-Gesichter wieder glänzen, heißt es eine neue Folge von Wer kennt wer? Ach, klar ist das Spiel wieder. Oh no. Mensch, ärgere dich nicht. Schon wieder schwer, ne? Schon wieder, ne? Am schwitzen. Ja, wieder angefangen. Monopoly. Backgammon. Ist das ein Gesellschaftsspiel? Romme Cup. Oh, der war gut. Ähm. Spiel des Lebens. Krimi-Dinner. Junge, Junge, Junge. Spitz, pass auf. Puh. Riesenspiel ist das. Schocken. Das kennt hier keiner im Raum. Das kennt hier jeder im Raum. Das kennst du nur du nicht, Junge. Poker. Das ist auch ein gesellschaftsspieler, ne? Ja, ja, klar. Was ist das denn? Da sitzt du in einer Runde zusammen und spielst Poker. Das ist auch ein gesellschaftsspiel, mein Gott. Ja, Blackjack. Nee, das ist kein gesellschaftsspieler. Warum denn? Da spielst du nur gegen die Bahn. Stimmt. Das ist gut. Verloren, ne? Ja, okay. YouTuber. Das wäre doch mal ein Traumberuf. Dafür brauchen wir mehr Abonnemein. Don't forget to subscribe. Wow! Wow! Ja, Cristiano Ronaldo. Messi. Ähm. Hört schon auf, ne? Die haben sich das die letzten 20 Jahre geteilt, die zwei. Ja, ich weiß, noch vier. Also du hast eh verstanden. Ich weiß es nicht. Ja. Lothar Matthäus. Zinedine Zidane. Cannavaro, glaube ich, ist das auch einmal. Du hast ja gar keine Ahnung. Gratuliere, Mann. Vanille. Schokolade. Strazatella. Erdbeere. Snickers. Mango. Zitrone. Banane. Kirsche. Nutella. Ja, gibt's auch. Ja. Wie heißt das? Pistazie. Kölsch hat's gesagt, ne? Am Arena Kölsch. Verschenken. Boah, da kannst du dich ja nur barrieren jetzt, ne? An meiner Stelle, ey. Ja. Timo Horn. Toni Schumacher. Ich hab das sogar noch mit einem oder zwei zusammengespielt. Farid Mondragon. Gut. Bodo Ilkner. Kessler. Stefan Bessels. Ja, den hab ich gesucht die ganze Zeit. Den hatte ich doch, ey. Der war doch letztes Mal hier am Platz. Ja. Du hast ja auch die letzten zwölf Jahre einfach immer gespielt, ne? Ist das auch richtig? Aber nur Bundesliga. DFB-Pokal zählt nicht, ne? Ne, da muss ich leider... Ach ja. Boah, du Scheiße. Da hab ich immer noch ein paar vergessen, ne? Ja, so 2-2 ist was Spannendes. Okay. Also ich fang an, ne? Michael Lennse. Timo Horn. Petit. Breczko. Aber noch... Novakovic. Stimmt. Christian Eichner. Martin Lahnig. Naja. Äh... Brzezinski. Ah, 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 ah. Ne, der war schon mal... Nein! Jawoll! Da bin ich doch. Aber ich hätte auch noch mal Fragen gesetzt. Roschi, genau. Der Roschi. Sebastian Freis. Sascha Ritter. Warst du zweiter Torhüter da schon? Zur Rückrunde. Zur Rückrunde. Ja, siehst du, ich war ja gar nicht mehr da. Unfaire Fragen wieder, aber okay, alles klar. Ja, da. Klasse!